Grün oder weiß? Grün. Ist einfach ein bisschen bunter. Meisterschaft oder Pokalsieg? Wenn ich mich entscheiden müsste, wahrscheinlich Meisterschaft, weil das ist, wo man jedes Wochenende für auf dem Platz steht und das einfach noch ein längerer Weg ist, um die den Titel zu holen. DFB-Pokalsiegerin 2009 oder 2010? DFB-Pokalsiegerin 2010, weil wir das erste Mal in Köln gespielt haben. Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft? Weltmeisterschaft. Braucht, denke ich, keine Begründung. Wasser mit oder ohne Sprudel? Wasser mit Sprudel. Ich brauche es mal prickelnd auf der Zunge manchmal. Sommer oder Winter? Definitiv Sommer. Berge oder Strand? Strand. Ich liege gerne in der Sonne und bin im Meer. Mallorca oder Ibiza? Ibiza. L.A. oder New York? Ich war schon mal in L.A., würde aber vielleicht trotzdem New York sagen, unbekannterweise. Skifahren oder Wandern? Eher Wandern. Ich kann nicht Skifahren. Currywurst oder Pommes? Beides zusammen. Ketchup oder Mayo? Mayo. Kino oder Netflix? Lieber Kino. Ich gucke gerne Filme und bin nicht so der Serienfan. Also würde ich mich eher fürs Kino und einen guten Film entscheiden. Und dann im Kino Popcorn oder Nachos? Nachos. Mit Käsesauce. Achterbahn fahren oder Autoscooter? Achterbahn fahren. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen aufregender. Serena Williams oder Steffi Graf? Steffi Graf. Rock oder Schlager? Beides nicht mein Fall, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann Schlager. Mein Fall ist, ja, ich höre eher so die Charts raus und runter, aber vielleicht auch mehr ein bisschen in Richtung Hip-Hop und Rap. Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Eher Frühaufsteher. Ich kann nicht so lange schlafen. Spanien oder Deutschland? Jetzt wieder Deutschland. Essen oder Duisburg? Ich komme aus Essen, also Essen. Arsenal oder Atletico? Ah, schwierig. Ich bin Arsenal-Fan von den Männern, also würde ich mich für Arsenal entscheiden. Frau Doktor oder Turit? Auf den Platz Turit, außerhalb darfst du gerne Frau Doktor sagen. Laut oder leise? Laut. Linkes oder rechtes Twix? Beide gleich. Beide gleich gut. Lieber vorsichtig oder lieber Risiko? Oftmals eher vorsichtig. Heimspiel oder Auswärtsspiel? Heimspiel. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Buch oder lieber Fernsehen? Ich würde lieber Buch sagen, aber ich glaube, ich muss mit Fernsehen antworten. Treppe oder Aufzug? Kommt drauf an, wie hoch. Bis zum dritten Stock Treppe, ansonsten Aufzug. Wenn es erlaubt ist, Weißwein oder Rotwein? Weißwein. Wenn es erlaubt ist, McDonalds oder Burger King? McDonalds. Salat oder Steak? Steak. Pizza oder Pasta? Pasta gerne. Wie fängt es Pasta? Klassisch Spaghetti Bolognese. guta. Be best quanto auf, Pasta. grown trabajo.